Nehmen wir einmal an, du hast Schmuck gekauft und möchtest wissen, ob der Schmuck aus echtem Gold besteht. Wie kann dir die Physik dabei helfen? Als erstes musst du den Schmuck wiegen und seine Masse m bestimmen. Dann musst du noch das Volumen V des Schmucks herausfinden. Dazu nutzt du das Archimedes-Prinzip aus. Dieses besagt, dass die verdrängte Wassermenge genau dem Volumen des eingetauchten Körpers entspricht. Nimm also einen Messbecher mit Wasser, wirf den Schmuck rein und schau auf der Milliliter-Skala nach, wie hoch das Wasser gestiegen ist. Den Wert rechnest du noch in Kubikmeter um. Nun kann mit der Masse und dem Volumen die Dichte des Schmuckmaterials berechnet werden. Teile dazu die Masse durch das Volumen. Das Gold hat eine Dichte von 19.300 Kilogramm pro Kubikmeter. Wenn du auch diesen Wert herausbekommst, dann ist der Schmuck aus echtem Gold.